Also der Kampf wurde jetzt ganz abrupt beendet und jetzt gibt es Ärger. Wow, zack, als ob nichts gewesen wäre. Und nun wieder beginnt die Reise mit mir selbst. Ich bin jetzt auf Koh Tao angekommen. Ich habe jetzt noch ein paar Sekunden Lippenventilation für mich. Ja. Scheiße, ich habe echt Angst. Das hat immer so Spaß gemacht. Ich bin jetzt hier gerade im schönen Sölden in Österreich. Wenn ich nur meine Hände ran halte, an der Kühltheke, an die Scheibe, ist es immer noch wärmer als ob ich draußen stehen würde. Okay, ich bin auf dem Gletscher angekommen. Musik Wow, Stockholm ist ja wirklich so schön. Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder. Wo bin ich? Ja, in Kopenhagen. Hallo Dänemark. Danke Kopenhagen für diese wunderschöne Zeit, die ich mit dir hatte. Du bist wahrlich meine Perle. Und da ist das Ding. Du darfst jetzt gerne mal präsentieren. coded-籠st. Und da ist das Ding. Ich bin jetzt hier. Alles Katja. Das ist da. Ich bin jetzt auch aufgeregt. Außer.